Willkommen zu Let's Play Super Mario Galaxy Hey! Mario, Mario, Mario. Immer noch Mario. Damit ist Schluss, ne? Dieses Mal bin ich der Star Epic Luigi und Mario ist abgemeldet. Schaut mal, was ich mit ihm gemacht habe. Oh yeah. Ich habe ihn Epic gefesselt und werde ihn demnächst in den See werfen. Ähm, okay. Ganz wie du meinst, Luigi. Dann spielen wir jetzt eben Super Luigi Galaxy. Egal, wer du bist, ich habe eine Bitte an dich. Mich juckt es am Arsch. Kannst du dir das nicht mal ansehen? Go to horny jail. Hast du Probleme? Komm her! Wie machen es die Entwickler nicht? Au! Das ist mir in den Arsch gebissen. Die Eisbrecher hier sind natürlich meine Gegner. Du hast aber niedlichen Hasen. Komm, ich zeig dir einen richtigen Hasen. Ich mag es ja immer nicht, wenn wir Hasen fangen müssen. Schon wieder so ein Ungeziefer. Aber doch nicht so. Oh Luigi, du Zange! WTF! Ähm, ähm, ähm. Das müssen wir schon mal nicht machen. Wir müssen das hier hochdrehen. Du 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 schick, du mordest! Oh! Keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht war das arabisch. Du 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 schick, du mordest! Tschüss! Und Kentucky Fried Chicken! Hot Wings hinterlässt der. Leckere Hot Wings. Oh Gott! Nein! Ich lebe noch! Oh Gott! Noch eins? Ich bin aus dem Schneider. Wieso? Wieso ist die zerplatzt? Ach, lädt mich daran an. Wo ist das Zeug? Wie hoch ist dein IQ, hä? Mona Lisa! Ja, ja, ja. Der Winky? Gegen Null, wie es aussieht. Hallo alter Herr! Was machen sie hier? Wie werde ich mir jetzt allen verleiben? Als Regenbogen, Luigi, kann uns nichts passieren. Weil ich habe es ja schon erwähnt gehabt, dass ich hier... Und es passiert absolut gar nichts. Was weiß ich, wieso ich darunter falle. Luigi, du hast Herpes. Plankton. 1% böse, 99% heiße Luft. Bisschen viel heiße Luft, oder? Und uns die Feuerblume holen. Kann man das eigentlich kombinieren? Hä? Wo ist die Feuerblume hin? Wenn möglich. Sogar das Abgeholt, hä 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 hä. Ah lalalalalalalalalala. Dammit! Scheiße! Jetzt hau mal ab, ich brauche den anderen. Ach, du bist doch echt ne Zange, weißt du? Okay. Nein! Du Assi! Dammit, man! Das gibt jetzt ne Faust, Junge. Natürlich fällt die Münze direkt in den Spalt. Oh Gott! Was machst du denn? Ein heißes Bad gefällig? Ich hoffe, es tut dir gut. Das Luigi LP endet hiermit. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss! Was? Oh, mein Arsch tut mir weh. Bruh. Amst du?